So, dann gucken wir mal, wo wir die anderen Sachen finden. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Putt, putt, putt. Komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ich brauche wohl nicht zu holen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, Seitenschneider, warum auch immer, check und das war's. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ach so, na, dann gucken wir mal hier in die dunkle Hecke. Sie verspottet mich. Na, warte. Putt, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Sie verspottet mich. Na, warte. Putt, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Putt, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Warum sollte ich da putzen? Da ist es doch eh dunkel. Tony sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair, sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Tony sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair, sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Tony sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair, sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. So, dann probieren wir mal, das Bad zu putzen. Tony sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair, sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Damit kriege ich die nie auf. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Boah, was für eine Plöre. Boah, was für eine Plöre. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Hm, okay. Jetzt haben wir noch schönes. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Die riecht zwar nach Käse, ich bezweifle trotzdem, dass sie sich als Köder eignet. Die riecht zwar nach Käse, ich bezweifle trotzdem, dass sie sich als Köder eignet. Wozu? Ich habe doch noch gar keine Maus gefangen. Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Was ist schon vor langer Zeit abgehauen. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das sage ich Toni bereits seit Monaten. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das sage ich Toni bereits seit Monaten. Meine Sachen kennen keine Materialermüdung. Der Ofen könnte auch mal wieder geputzt werden. Ich werde Toni eine Memo schreiben. Der Ofen könnte auch mal wieder geputzt werden. Ich werde Toni eine Memo schreiben. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das sage ich Toni bereits seit Monaten. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ach, wer braucht schon grandioses Allzweckwerkzeuge. Ist doch was für Anfänger. Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ach, wer braucht schon grandioses Allzweckwerkzeuge. Ist doch was für Anfänger. Die Zettel verbrennen? Keine schlechte Idee. Jetzt brauche ich nur noch die richtige Feuerstelle und auf geht's. Allzweckes.